Kollege Cem Özdemir für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte mich zunächst bei unserem Bundespräsidenten Gauck für seine klaren Worte gestern abends aus Anlass des Gedenkgottesdienstes zum 100. Jahrestag des Völkermordes an den Aramean und an den Armeniern bedanken. Ich danke ihm insbesondere für diese gewisse Portion Unbeirrbarkeit, die unseren Bundespräsidenten auszahnet, für die wir ihn schätzen und lieben. Und ich füge nach der heutigen Rede des Bundestagspräsidenten dazu. Das gilt natürlich in genau derselben Weise auch für Sie, Herr Bundestagspräsident. Leider kann ich in dieses Lob die Vertreter der Bundesregierung nicht mit einschließen. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann würden wir bis heute das türkische Narrativ wiederholen, dass es den Völkermord nicht gab, meine Damen und Herren. Ich verstehe das nicht, denn ich unterstelle Ihnen gute Absichten. Sie wollen auch zur Versöhnung beitragen. Aber die Haltung trägt nicht zur Versöhnung bei. Sie unterstützt diejenigen, die den Völkermord leugnen. Und diejenigen, die die Unterstützung brauchen, die Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft, die werden im Stich gelassen. Und da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus, meine Damen und Herren. Ich war im März mit der Kollegin Ekin Dillegös zusammen in Armenien. Ich habe mit Vertretern der Regierung, der Opposition, der Zivilgesellschaft, mit vielen gesprochen. Niemand dort versteht, dass wir die Mittel für die Versöhnungsarbeit im Auswärtigen Amt deutlich erhöht haben. Aber unsere Diplomaten beklagen sich darüber, sie können die Mittel gar nicht benutzen. Denn an Veranstaltungen, wo der Begriff des Völkermordes auftaucht, dürfen sie nicht teilnehmen. Das versteht niemand, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass das nach dem heutigen Tage sich ändern wird. Ich habe, als ich dort den Kranz niedergelegt habe, im Andenken an die Opfer des Völkermordes, mich gefragt, als wer mache ich das? Natürlich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, als Vorsitzender einer deutschen Partei. Aber wenn man im Ausland unterwegs ist, zumal in Armenien und Cem Özdemir heißt, dann reißt die Herkunft logischerweise mit. Und in meinem Fall zeigt das die ganze Zerrissenheit der Türkei. Denn ein Teil meiner Vorfahren kommen aus dem heutigen Kaukasus, sind tschech-hessische Herkunft. Die Tscherkessen haben genauso wie die Muslime im Balkan selber schrecklichstes Leid erfahren, sind vertrieben worden, sind Opfer von Mord und Vernichtung geworden. Und dieselben Tscherkessen in der Türkei haben sich zum Teil beteiligt am Völkermord gegen die Armenier. Und wenn ich das sage, dann sage ich das auch, weil es Zeit ist, sich endlich an die Opfer aller Völkermorde, aller Vernichtungen zu erinnern. Wir sind es den Opfern, ihren Hinterbliebenen schuldig, dass niemand ausgelassen wird und alles ab heute beim Namen genannt wird. Ich habe das gelesen, dass es auch darum geht, dass wir den Versöhnungsprozess nicht unterbrechen sollen. Und da kann ich Sie beruhigen. Ich war gestern in Istanbul. Ich habe an einer türkisch-armenischen Veranstaltung zum Andenken an die Opfer vom 24. April 1915 teilgenommen. An dieser Veranstaltung haben Vertreter der Zivilgesellschaft, auch türkische Abgeordnete und andere teilgenommen. Und alle waren sich einig in der Frage, die sie an mich gerichtet haben. Was wird der Deutsche Bundestag 100 Jahre nach dem Völkermord in dieser Frage machen? Ich habe dort Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, der Deutsche Bundestag wird mit all seinen Rednern, mit all seinen Fraktionen 100 Jahre danach aufhören, so zu tun, als ob wir nichts mit dem Völkermord zu tun gehabt hätten. Er wird ihn anerkennen und er wird heute eine neue Seite aufschlagen. Und wir sind heute Zeuge davon, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe noch was gesagt. Kein deutsches Außenministerium, kein deutsches Auswärtiges Amt wird mehr Formulierungen verwenden, wie ich zitiere, Aufarbeitung der geschichtlichen Ereignisse von 1915, 1916, um die damalige unterlassene Hilfsleistung und Mitverantwortung zu verleugnen. Auch das wird mit dem heutigen Tag der Vergangenheit angehören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist aber auch wichtig für die Türkei selber, dass 1915 aufgearbeitet wird. Denn hätte die Türkei den Völkermord aufgearbeitet, dann wäre 1938 in der Türkei das Massaker an den Aleviten in Dersim nicht stattgefunden. Dann hätten am 6. und 7. September 1955 die Griechen kein Pogrom erleben müssen. Dann hätte vielleicht der schmutzige Krieg mit den Kurden nicht stattgefunden. Und ich bin mir auch sicher, hätte man sich am Besitz der Armenier nicht bereichert, wäre das Verständnis für die Normen der Rechtsstaatlichkeit ausgeprägter worden. Wie sagte mein ermordeter türkisch-armenischer Freund Rand Dink, wären die Armenier heute noch am Leben, die osttürkische Stadt, wann wäre heute so etwas wie das Paris des Ostens? Es ist wichtig, dass man versteht, dass damals geistliche Ärzte, Verleger, Journalisten, Anwälte, Lehrer als auch Politiker umgebracht worden sind. Manche haben sich für sie eingesetzt. Beispielsweise der damalige US-Botschafter Henry Morgenthal, der immerhin durchsetzen konnte, dass der berühmte osmanische, nicht nur armenische, osmanische Komponist Komitas gerettet werden konnte. Er hat nach seiner Rettung nie wieder eine einzige Note angerührt, nie wieder ein Wort geäußert angesichts des Leids, das er da erfahren hat. Ich wünsche mir künftige türkische Schulbücher, in denen an das Leid dieser Menschen erinnert wird. Ich wünsche mir Schulbücher in der Türkei, in denen die Kinder etwas darüber erfahren, was dem Osmanischen Reich und was der Türkei verloren gegangen ist. Und ich wünsche mir, dass Kinder in der Türkei künftig lernen, nicht Talat Pasha, nicht Enver Pasha sind die Helden für die Türken von heute, sondern es war der Gouverneur von Kütachya, der gesagt hat, in meinem Verwaltungsbezirk wird der Befehl aus Istanbul nicht angemendet und kein einziger Armenier wird angerührt. Das sollten die Vorbilder sein, die wir uns in Kindern lernen. Dann kann man was lernen, das sich sowas nie wiederholt. Und um auch das klar zu sagen, es geht hier nicht um Überheblichkeit. Es geht hier nicht darum, dass wir mit erhobenem Zeigefinger sprechen, sondern wir sprechen als Freunde zu Freunden. Und wir wollen als Freunde der Türkei sagen, es liegt auch im türkischen Interesse, dass sich die Grenze zu Armenien öffnet und dass eines Tages die Grenze zwischen der Türkei und Armenien so ist, wie Gott sei Dank heute die Grenze zwischen Deutschland und Polen und Deutschland und Frankreich. Das muss geschaffen werden, das kann geschaffen werden. Und dazu müssen wir alle unseren Beitrag leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und noch ein weiteres will ich sagen. Das zweifelhafte Privileg des ersten Völkermordes in diesem Jahrhunderts, das haben leider wir Deutsche. Denn was damals mit den Herero und Nama passierte in sogenannten Deutsch-Südwestafrika, in unserer damaligen Kolonie, das erfüllt ebenfalls den Tatbestand eines Völkermordes. Und auch deshalb eignen wir uns nicht als Lehrer, höchstens als Ratgeber. Als diejenigen, die sagen können, dass wer sich mit den dunklen Flecken der Geschichte beschäftigt, der wird daran nicht kleiner, sondern im Gegenteil, der wächst daran. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir endlich den Opfern unser Mitgefühl aussprechen, uns entschuldigen bei den Armeniern, bei den Arameern, bei all denen, die damals Leid erfahren haben durch das Osmanische Reich, aber eben auch ein deutsches Kaiserreich hatten, das nichts dafür getan hatte, dass diese Menschen geschützt werden. Ich hoffe, dass künftige Generationen in Armenien, in der Türkei, wieder eine Chance haben, als Nachbarn, als Freunde, als Brüder und Schwestern aufzuwachsen. Heute leisten wir einen Beitrag dazu. Herzlichen Dank. Applaus Das Wort erhält nun der Kollege Frank Schmidt.